Hallo Dan. So leise. Hallo. So präzise. Und so störungsunempfindlich wie du. Ja? Störungsunempfindlich? Ja sicher. Einfach nur am Schreddern, am Schreddern, am Schreddern. Da hast du mir echt ein tolles Teil empfohlen. Das läuft so durch und muss es nach mehreren Ladungen abkühlen. Das ist echt beeindruckend. Absolut. Und hast du gewusst, dass du damit auch zum Beispiel CDs schreddern kannst? Ernsthaft? Ja klar. Und nicht nur das. Das Gerät erfüllt sämtliche Standards der DIN-Norm 66 399... Klingt echt gut. Du hast jetzt nicht wirklich meine... Safe. Nehmen wir den Besuch. Ja. Ja. Weekoyu. ta da. Ja. 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 Vielen Dank.